hallo freunde freundinnen energiehausbau und bulli fans ja bin ich wieder da starte ich so dass ich als ingenieurbüro bau shop energiehaus dämmsysteme bausysteme habe aber ich bin bulli fan also bulli fan heißt da habe ich verschiedene bullis und ich bin einfach ein leidenschaftlicher bulli fahrer und mache nicht mehr musik wenn ich gerade unterwegs bin und leugnen und meine häuser saniert haben und man sieht hier dass ich häuser saniere und maschinenbau also das habe ich zum grund immer das seht ihr selber da ist auf die baustelle und so weiter hat verschiedene job ja und dann habe ich noch meine seite also das akkordeon muss hinterlernen aber mit der seite das ist technik nummer eins also die mundharmonika und ich wünsche euch da einfach viel spaß müssen wir auf die baustelle beziehungsweise haben wir feierabend ja und wir sind im raum baden wuppenberg also deutschland germany und ja ich möchte heute erzählen wir stellen einfach so ich tue mal meine meine freundin und meine freundin dann immer mein schatz aber die gibt's nur einmal für mich schon der gedanke dass ich ein andermann lieben können und sein eigenen der macht mich traurig hier und ich mache dir ein top essen hier und es ist für mich ein ein fest ein gutes essen und darin lass ich mich nicht messen mein schatz ich esse mit dir im candlelight liebe ich dich hier ja und dann spielen wir noch ein bisschen okay Musik Macht gut, Freunde!